Die 4 besten Produkte für kleine Eckschreibtische Ich habe den Bestieher L-förmigen Schreibtisch mit CPU-Ständer gekauft und bin begeistert von diesen industriellen und langen Tisch. Die L-Form des Schreibtisches ist ideal, um den Platz im Arbeitszimmer optimal zu nutzen, und auch der CPU-Ständer ist sehr praktisch. Der Schreibtisch ist verstellbar, sodass er für zwei Personen geeignet ist, und durch die drei Kabeldurchlässe ist alles aufgeräumt. Alles in allem sehr empfehlenswert für alle, die auf der Suche nach einem neuen Schreibtisch sind. Ich habe mir den Bestieher L-förmigen Gaming Schreibtisch gekauft und bin total begeistert. Der Schreibtisch ist sehr geräumig mit einem Monitor-Ständer und einem Getränkehalter sowie einem Headset-Haken. Die LED-Leuchten sind auch ein cooler Bonus, vor allem wenn ich in der Nacht zocken möchte. Der Schreibtisch ist sehr stabil und ergonomisch, was für lange Gaming-Sitzungen sehr wichtig ist. Ich kann es jedem Gamer empfehlen, der auf der Suche nach einem hochwertigen Gaming-Schreibtisch ist. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Bestieher Computertisch. Er passt perfekt in mein kleines Arbeitszimmer und ich habe genug Platz für meinen Computer und all meine Arbeitsmaterialien. Die Ablagefächer und Regale sind sehr praktisch und bieten zusätzlichen Stauraum. Der Schreibtisch ist gut verarbeitet und stabil. Besonders gefällt mir, dass ich den Tisch umkehren kann, um die Position der Regale zu ändern. Die Montage war einfach und ich konnte ihn alleine zusammenbauen. Ich würde diesen Schreibtisch jedem empfehlen, der nach einem platzsparenden und funktionalen Arbeitsplatz sucht. Ich habe mir vor kurzem den Comiford Saleme Computertisch gekauft und bin begeistert von seiner Funktionalität und Ästhetik. Das Design ist einfach und elegant und die zwei offenen Bereiche sind perfekt für die Aufbewahrung von Büchern und anderen Utensilien. Das Melamin-Finish ist von hoher Qualität und verleiht dem Tisch einen modernen Look. Der Eck-Schreibtisch ist ideal für kleine Räume und bietet viel Platz für Computer und andere Arbeitsgeräte. Ich empfehle diesen Schreibtisch jedem, der auf der Suche nach einem schönen und funktionalen Arbeitsplatz ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.